Danke, Herr Vorsitzender, Herr Minister oder Herrn Minister. Zum Thema Nebenwirkungen, weil das gerade vorher Diskussion war. Ich kann mich erinnern, in einer meiner Reden habe ich aus einer Facebook-Gruppe zitiert, Ärzte vs. Covid-19 mit ca. 4.000 Mitgliedern. Da habe ich dann dich, Herr Kollege Kornhäusl, gefragt, ob du zufällig Mitglied warst in dieser Gruppe. Einer, der Mitglied war in dieser Gruppe, war der Herr Sekeresch. Ein anderer war zufällig Mitglied im Impfgremium im Nationalen. Und was dort drinnen alles geschrieben worden ist, wie despektierlich das gegenüber der Bevölkerung war, das wissen wir alle. Eines, was auch ganz interessant war, war zum Thema Meldung von Nebenwirkungen. Das haben Ärzte geschrieben in dieser Gruppe, das haben nicht wir geschrieben. Und dort wird geschrieben, einer der Ärzte berichtet über einen Patienten, der zwei Monate nach dem Stich mit Johnson & Johnson mit einer halbseitigen Gesichtslähmung leidet. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Der unmenschliche, ja, der unmenschliche, eines Arztes völlig unwürdige Kommentar von Dr. Zell lautete, man solle die nächste Impfung auf der anderen Seite vornehmen, dann wäre das Gesicht wieder symmetrisch. Nur einmal, um zu sehen, was da zum Beispiel geschrieben worden ist. Aber, und das, was wirklich interessant ist und worauf es wichtig ist, weil du gesagt hast, es wird noch ein paar hundert Fälle von Impfschäden in Österreich geben. Einige Ärzte der Gruppe weisen in Österreich auch darauf hin, dass die Nebenwirkungen einfach vertuscht werden. Andere wiederum fragen sich nur, wer ihnen den Aufwand bezahlen soll, beziehungsweise meinen sie, dass sie zwei Stunden pro Tag benötigen würden, um die Nebenwirkungen einzumelden. Alles nachzulesen in dieser Gruppe, Herr Kollege. Und da kannst du zehnmal sagen, es hat nicht viele gegeben. Es hat auch, Gott sei Dank, gibt es in der Zwischenzeit Sender, die nicht nur den Mainstream bringen, sondern auch zum Beispiel eine eigene Impfschadenserie gebracht haben. Gibt es in Österreich, gibt es in Deutschland, gibt es auch in vielen anderen Ländern. Aber komischerweise, das interessiert da, Herr Innenkan, es wird ignoriert. Aber all die Menschen, die einen Impfschaden haben, die vielleicht wirklich, so wie es der Kollege Leinfeldner heute gesagt hat, nämlich sich nicht aus Überzeugung impfen haben lassen, sondern sich deshalb impfen haben lassen, weil sie den Druck der Gesellschaft erzeugt durch diese Regierung nachgegeben haben, die jetzt einen Impfschaden haben deshalb, obwohl sie nie von dieser Impfung überzeugt wurden. Das ist, und da sind wir wieder bei gestern, da schließt sich der Kreis, die ÖVP hat sich irrsinnig mockiert, weil ich sie gestern als Verbrecher bezeichnet habe. Allein diese Tatsache, dass es Leute, die nicht wollen, zu einer Impfung zwingen, von der sie nicht überzeugt sind, allein das ist ein Verbrechen. Vielleicht nicht strafrechtlich, aber es ist ein Verbrechen. Vielen Dank.